Hoffenheim rüstet sich für die Champions League, kommt zu einer Rückholaktion? Bild erfuhr, die TSG will einen ehemaligen Jugendspieler zurück. Der Offensivmann spielte schon zwischen 2012 und 2014 für die TSG, schaffte aber nie den Durchbruch, nur 12 Profispiele. Erst als er ging, trumpfte er in der Liga groß auf. Alle Infos nur mit Bild+.